einen wunderschönen guten tag und ein herzliches willkommen zu einer neuen folge von train simulator 2022 denn ich bitte das wir werden uns heute ein wenig auf der neu erschienenen strecke passau regensburg rum tummeln und wenn heute einen kleinen güterzug ach güter zugesachen ic durchfahren und zwar ist diese strecke ja vor kurzem genau gesagt vor zwei tagen bei den kollegen von rssl oper neu erschienen und werden heute mal wenig hier die strecke testen und ich lese einfach mal vor heute müssen sie wieder im personenverkehr aushelfen indem sie einen zug von regensburg nach plattling fahren lassen sie die fahrgäste am bahnsteig zusteigen und dann geht es los ja damit würde ich das ganze mal starten öffnet die türen werden mal in den führerstand gehen von dieser neuen baureihe 147 und wenn ihr als letztes mal den führerstand licht einschalten und das braucht man nicht aber eigentlich wollte ich noch zugspitzen signal einschalten das scheint ja bei ihm nicht zu funktionieren da müssen wir das anders machen und zwar der ist das okay jetzt weiß ich bescheid der war es so den braucht man nicht das lassen wir soweit das ist die bremse so das schließen wir auch mal dynamische bremse zug bremse ist doch angezogen okay ich denke das war es so ziemlich erst mal 160 km h v max und fenster lassen sich auch öffnen wunderbar so dann werden wir uns mal wenig hier noch in regensburg umsehen würde ich sagen und wir mal schauen was es hier so zu entdecken gibt also wir sind in regensburg wie man sieht hinten dran unsere ic wagen ach ich wollte noch schauen ob wir steuerwagen haben nein aber das macht nichts so wir dürfen abfahren dann werden wir das natürlich tun so türen sind geschlossen dann lösen wir die bremse so und auf geht's jetzt geht's los eigentlich ja geht doch jetzt geht's los jetzt geht's los Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, 130. Passagieransicht ist leider nicht möglich. Aber ich glaube, damit kann man leben. Nichts, sondern nicht wegzaubert. Obtämmliche Schrauben da sind, die Musik zu machen. Wenn du, wenn es ihr abgedçut habt, ist es im Abkaufnahme dieser oder auch selbst den Maschine von Langen. Das war das Abkaufnahme. In der Stadtverkaufnahme eine Idee, der Kammer ist, dass die Musik vom Modell mal ausgehen. Untertitelung des ZDF, 2020 So, mehr 260 dürfen wir leider nicht. So, mehr 60 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 dürfen wir leider nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Also ihr könnt auch gerne in den Kommentaren reinschreiben, was euch gefällt an dieser Strecke, was euch nicht gefällt, ob ihr diese Lokomotive mögt, ob ihr sie nicht mögt, was ihr an der Steuerung, an der Handhabung gut findet, was nicht. Also lasst euch da eurer Meinung gerne freien Lauf, bin sehr gespannt. Es soll ja jetzt kommenden Donnerstag bei Trainsimber 2 die Tarantrampe veröffentlicht werden von Duftail. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und ich habe auch gelesen, dass sich da sehr viele sehr drauf freuen und ich muss sagen, ich gehe auch dazu. Und ja, werde da auf jeden Fall auch ein Video drüber machen, ist ja selbstverständlich und kann es eigentlich noch kaum erwarten, bis es endlich soweit ist. Also ich freue mich da sehr drauf und ich bin mir sicher, dass ihr euch da auch drauf freut. Und ich bin mir sicher, dass ihr euch da auch drauf habt. So, noch 42 Kilometer bis Plattling. So, noch 43 Kilometer bis zum nächsten Mal. So deutlich bis zum nächsten Mal. So, noch 43 Kilometer bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Also ich bin wirklich gespannt, was da in Zukunft noch für Szenarien kommen werden, auf dieser Strecke, mit dieser Lok, vielleicht ja sogar von der Firma Fairsystem Sounds und ihr wisst, dass diese Firma ja mit Original Sounds zusammenarbeitet, also diese da integriert und auch Original Texte eingesprochen werden, die in einem Zug halt gesprochen werden, von Zugchef über Fahrdienstleiter bis hin zum Zugführer, Fahrdienstleiter und so weiter und vielleicht kommen da ja in Zukunft jetzt auch wieder vermehrt Szenarien von entsprechend für diese Strecke hier produziert, das wäre natürlich super, also ich würde mich da sehr drauf freuen, oder drüber freuen. So, wo sind wir denn hier eigentlich schon, würde mich doch jetzt mal interessieren. In Ralldorf, Niederbayern, so so, Niederbayern sind wir, na dann. So, wo ist es, wo ist es? So, wo ist es, wo ist es, wo ist es? Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist alles ein wenig gewöhnungsbedürftig hier mit der Leistung aufschalten und mit der Bremsung, also aber wenn man sich daran gewöhnt hat, finde ich geht das. Ich denke, ich würde dann auch nächste Woche, also am nächsten Wochenende zum Start oder zum Release der neuen Tarant-Rampe-Strecke bei TSW 2 einen Livestream machen und dann kommt auch meine neue Webcam endlich zum Einsatz und ich denke, das werde ich dann auch so machen. Ich freue mich da schon sehr drauf, also haltet euch den Termin frei, nächsten Samstag Livestream auf meinem YouTube-Kanal mit der neuen Strecke Tarant-Rampe bei TSW 2 und ja, freut euch drauf, seid gespannt. Es wird wieder eine schöne Zeit mit mir und ich hoffe, ihr seid alle dabei. Also nächste Woche Samstag Livestream auf meinem YouTube-Kanal. Ich denke, es wird sich dann ungefähr um die gleiche Uhrzeit abspielen, so zwischen 10 und 11 wird das ganze starten, ich werde aber auf jeden Fall rechtzeitig Bescheid sagen und damit ihr da keine Sekunde verpasst, versprochen. So 25 Kilometer noch gleich, dann haben wir es, dann haben wir den ersten Test mit dieser Lokomotive auf dieser neuen Strecke abgeschlossen und können ein erstes kleines Fazit ziehen. Also meine Meinung, es könnte ein wenig mehr KI-Verkehr sein. Die Strecke an sich, ja doch, gefällt mir wohl. Die Lok vom Sound her wunderbar, von der Handhabe her, naja, man hätte es anders lösen können. Aber, wenn man sich daran gewöhnt hat, geht es. Ihr seht es ja selber, es funktioniert und ja, alles in allem, es ist Gewöhnungssache. Also, ich denke, die Strecke ist gelungen. Es ist eine sehr schöne Strecke und das ist jetzt auch nur ein Teil bis Plattlingen. Also, wenn man wirklich bis Passau fährt, Entschuldigung, dann fährt man doch eine ganze Ecke weiter und ja. Also, alles in allem ist es ein sehr schönes Szenario für den Anfang, um einzusteigen in die Strecke. Und die Lok an sich gefällt mir auch. Also, ich bin da sehr positiv überrascht, muss ich ehrlich sagen. Und, äh, von meiner Seite her, gibt es da eine locker eine 2 bis, 1 bis 2. So. Die bewegen sich, die Autos. Das ist schon mal ganz gut. Das ist ja bei München Innsbruck. Das ist ja bei München Innsbruck, sag ich schon. Bei, äh, Ingolstadt Nürnberg nicht so. Da stehen die Fahrzeuge ja starr auf der Straße und bewegen sich keinen Meter. Also, die, die es gespielt haben, die, äh, wissen wovon ich rede. Und hier sieht es wirklich so aus, als ob die fahren. Das ist schon mal sehr gut. Das ist nicht überall der Fall. Ja, was ich noch testen wollte. Wie sich das ändert, wenn ich das Fenster aufmache. Gibt es nicht wirklich einen Unterschied, oder? Hört ihr einen Unterschied? Oder müsste es doch lauter werden, ne? Schade. Es gibt keinen Unterschied. Also, es müsste meiner Meinung nach lauter werden, wenn man das Fenster öffnet. Vom Sound her. Und wenn man es wieder schließt, leiser. Oder, oder, es gibt überhaupt keinen Unterschied. Also, das ist ein bisschen schade, finde ich. Weil, äh, das wäre dem Realismus doch noch ein, ja, besser, oder besser getan. Weil, äh, man hört nichts. Kein Unterschied. Man kann es auch genauso gut auflassen. Es stört nicht. Es ist wirklich ein wenig schade. Aber man kann vielleicht auch nicht alles haben. Was macht nur relativ, ja, besser. Also, das macht auch nicht so, wie es ist. Es so schön. Was ist jetzt, ich weiß nicht so, dass ich das Fenster öffnen bin, dass wir das Fenster öffnen haben zu sein. Sie haben geht auch nicht so, wie es sich schade und sich nicht so. So, falls ihr jetzt auch ein bisschen schade. Also man kann sagen, was man will, die Locke ist schön, auch von den Spitzenlichtern her, also doch, gefällt mir, der Kollege hat da überhaupt nichts zu tun, sitzt da ganz gechillt, hat sogar ein Lächeln in den Backen, ja wunderschön, der freut sich, der freut sich. So, wir freuen uns auch, weil wir nämlich jetzt gleich abbrümsen dürfen, und zwar auf 140. So, wir freuen uns. so das ist auch gleich nur noch zehn kilometer bis zum zielort so Untertitelung des ZDF, 2020 ... 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